Ah, die ist weg, weil er weggaszt! Ach, der Double Stun mit Flash! Ich weiß nicht, ich hab eben nen Drecks. Alter, die sind ja so over, die Leute. Ich hab eben nen Drecks. Ja genau, seine Q. Oh, er eilt einmal 4 ein. Schade. Oh! Oh, er eilt einmal 4 ein. Was? Mit was hab ich den gekillt? Digga, wer ist er denn? Memo, Digga. Wait, er macht den wirklich! Wusste ich's doch, Digga. Wie oft hat der eigentlich verficktes Predator, Alter? Das hat wahrscheinlich auch keinen Cooldown. Memo! No more Fortnite! Ich versprochen hab mit dem Freund zu spielen, der jetzt online ist. Hm, der ist ja da hingedinkt. Ah, das ist klar, Digga. Junge, WTF. Ey, Jungs, wir sind gefinished. Ich hab grad keine Zeit. Hey! Rein da, rein da, Malon! Hör dir. Was ist denn mit ihm los, Digga? Das ist schon ein bisschen kling von mir gerade, ne? Wie hat mich die Vale kurz Dings ge... Nee, die hat eh gehittet, Alter. Was hat mich grad gehittet? Haha. Digga, was liegen hier eigentlich 50 Fallen von Gin, Digga? Ja, nee, aber sonst war's nicht gut, was er gemacht hat, Digga. Wo gammelt der eigentlich schon wieder rum? Höh! Ach so, Digga! Er hat den Nexus auf 30 AP runtergeballert. Ach so, Digga. Power Diving. Oh! Oh! Er hat auch was kling! Ah! Ich muss verwirrt, Digga. Was war denn der für ein Flash von Cho? Maaan! Was war denn der für ein Flash von Soraka? Halt deinen Maul, Digga! Was kann ich denn dafür, dass der da schon seinen Scheiß schießt? Ich kill alle. Erinnern es gut. Lass zu unserem Power gehen. Soll ich ulten? Jo, ich push hier einfach, Leute. Uh, ich muss mir auch ne Mori holen. Einmal. 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 Ich kann da heal, Alter. Jo, geh mal weg, Chris. Ich kann dich nicht heilen, Digga, ich komm dir nicht hinterher. Ja, du bist zu schnell! Krass! Ich heil dich! Ich heil dich! Ich, 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 ich blind! Digga, du hast einfach. Ich, 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 und der zweite kommt. Dadurch hast du wuchern, ich bin große Problem. Ha, wilde. Wilder Dash. Das ist so faro. Digga, ich hab's in package, Alter. Dieser Typ, ich kann nichts hier machen. Los, Lon, los! Ich bin jetzt gar nicht so kek, Alter. Äh, Chris, ja! Christoph hat ihn einfach gemacht, er hat ihn zu gespammt. Ich glaube, wir halten mal Christoph so hoch. Willst du mich, Alter? Guck mal. Ich bin raus. Ja, ich bin da. Alles gut. Ich verarztet dich. Ich bin raus. So. Digga, was? Digga. Digga, es bringt was, Digga. Ja, ich bin ausversehend in den Shop reingegangen. Wow. Ich fasse halt so hart. Loser. Es ist gut, dass wir direkt weggeflamen, wenn ihr scheiß Knechte finischen, Alter. Lass doch Spaß haben. Zum Glück indest du so selten. Die sehr verkackte... Pfff. Zum Glück indest du so selten, Plopp. Wie ist denn das so, alle zwei Millisekunden ne Q werfen zu können? Wie fühlt sich denn das an? Ja, komm, komm mal. Oh, danke Digga. Ja, Leine Kackes. Hey, Weg, Weg, Weg. Du musst auf mir einfach hinterher um. Du musst mir ewig anziehen. Nein! Und bang auf die Kopf. Ich krieg der Arsch wieder mit. Dann passt. Weg mit dem. Geht! Scheiße, Alter. Digga, das war so dumm, Alter. Das ist geil. Sportflinte, oder? Oh Gott, er kommt. Ey. Wieso playst du ihren Bär, bevor sie in den Kampf geht? Und wieso kommst du da raus, wenn da zwei... What the fuck? Hä? Das ist, weil du nicht bei mir was kustest. Ja, von so einem großen Hai, aber... Da, hier für euch. Schade. Weg mit dir. Ich hab grad einen richtig Scheiß-Pick. Digga, ey. Du hast mich damit voll hart verkauft. Digga, ich darf mich nicht bewegen! Ich hab gestunnt. Ich hab ihn mit einer Q-Up geworfen. Oh, ist ganz spannend, Digga. Ich shan tp's. Junge! Was ist eigentlich mit dir? Wieso? Ja, ich hab fucking 9 Assists. Ich hab 8 Kills. Das ist Any Damage. Das ist einfach nicht Any Damage, ich hab nur... Was haben die eigentlich für eine ekelhafte Kombo? Mach sie jetzt weg hier. Ja, geht doch. So einfach können Double-Kills gehen. Digga, wieso steht er hier einfach nur? Hä? Steht er bei dir auch einfach? Digga, hä? Ja, wie steht der Typ nicht, Mann! Digga, der fucking Thresh steht da einfach in... ...seiner weirden Deep-Post. Ich bin schon cool, 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 cool. Oh, ich hab das sehr nett. Normaler, du bist anders, total. Kleine Nutter. Kleine Nutter. Nutter! FACKT OFF! Ach, Vincent. Wir sind von hinten. Hallo YouTube. Ganz im Maul. Einfach mal ein Like da lassen und abonnieren, wenn ich noch das rein. Nein.